ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen aufnahme ja ihr seht richtig wir sind in eco mit dabei ist unser guter robotoxic oh mein gott the black man warum hast du denselben bart wie ich ich sehe ja wo mehr so aus oder du hast mich heute schon gesehen oder naja die berfusseln alter so ich tue mir erstmal ein paar bären hier pflückeln und da hinten sind tomaten die nehme ich auch noch mit also tutorial müssen wir jetzt nochmal machen du kannst es aber auch ausmachen ey das waren meine tomaten da stand mein name drauf ach so wir haben wir gleich mal wieder stein und so zum abbauen ich hüpfe über die wiese ja aber wenn du das tutorial ist abgericht hast du dann trotzdem die ganzen tools ich weiß es nicht das ist halt das problem ich mach lieber fix nämlich da jetzt aus zack also kann mir ihre date kommt man wird ja also sieht so aus dass wir hier ein bisschen umbeideln bisschen keine ahnung was wir ja ich verbringe jetzt nächste stunde damit um zu stehen und eigentlich nichts zu machen wir gucken einfach machen wie das spiel ist soll wohl ganz nice sein und auch ziemlich schwierig das ist jetzt natürlich ja gucken wir einfach mal wie es läuft das habe ich jetzt eingesammelt was denn das pick up tomaten ach das sind auch tomaten ach so das ist jetzt oder gras oder so ja sieht jetzt hast du sowieso auch wenn du die mit den tomaten sammeln ja ich wissen ich mal auf den rumrennen ja rumrennen ist gut wenn du das tutorial jetzt nicht machst du kriegst keinen tools wie kommst du dann an du brauchst ja wir können ja auf jeden fall unser terror abstecken ja das kann ich schon das mache ich gleich mal das für mich mein eigenes reich meteor wo ist der überhaupt ich guck mal den sieht man aber nicht auf der map oder auf der map weiß ich nicht ich sehe den nur hier wenn dann da ist er da oben ist er impact da fliegt er über uns ach so claim wo willst du hin ich hab schon geklemmt was da oben hast du geklemmt dann gehe ich da oben drüben hin du bist jetzt aber auch autorisiert in meinem claim was zu bauen ach so okay er ist eingegeben ich war mal so frei ja denkst du denkst du sind eine gute idee ja ja so ich habe jetzt schon mal eine spitze axt oder spitze axt ja alles klar ich läuft bei der spitze ich habe eine spitze axt oh geil mit hacke und axon ich glaube ich gehe hier hin ist ziemlich nice aber hier ist halt kaum wald rundherum das ist ein problem am anfang brauchen wir nicht verdammt viel holz kriegst du hier sieht es von den bäumen wenn du dir einfach abhackt nein ich glaube die wachsen selber nach das finde ich so geil der zimmer holt wenn so ein baumer knallt alter ja doch jemand dran geschissen also so sieht es zumindest alles also beim besten willen hat jemand druck auf der leitung gehabt noch hier drüben ich sehe dich ja es ist schön ich werde mal hier abstecken stecken wir gucken einfach mal die ganze sache ein jahr wo waren jetzt mein kleben das ist ja das ist immer blöd na das finde ich seltsam ja hier aber du kannst ja was in der hand halten und trotzdem die frage ist kann man denn dann seinen kleben noch vergrößern das würde mich mal interessieren ja bestimmt erst mal so jetzt da denke ich nur für ein multiplayer dafür da das für mich eines zu baut alles die arme nicht mehr bauen können aber wir verstehen uns ja ja auf jeden fall also wir sind beste beste best friends alter so ich habe mächtigen holz vor der hütte du bist bei mir dann auch autorisiert color das war mal seid ihr noch ganz sauber oder was macht die katze nervt so color ist green gut wissen du es geht dich gar nichts an da haben wir jetzt also hier unseren claim genau wir haben ich habe ich habe nichts im inventor wie ich ich habe keine hacke und nischt ja du musst das total machen naja aber nix aber machen navien ach so ja 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 meining blablabla stone x tool bar alles klar ja 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 so die bleibt zum zeigen hier kann man erde weg machen und mit der schaufel wanders hinsetzen es ist wonderful ist very very wonderful so complete und dann haben wir jetzt noch eine axt so mit der axt den inseln im baum hier unten lasst mal stehen wir gucken mal genau ach nee guck mal hier ist wieder so eine tiefe schlucht aber ich muss sagen es sieht verdammt nice aus das game und es macht auch mega spaß so pass auf das war ganz schön laut bei mir ja okay ich sag mal hier ist schon relativ viel wald ja dafür dass du gesagt hast du jetzt kein wald naja bei mir drüben nicht bei dir drüben ist sehr bewaldet naja als als kumpel wirst du mir wohl sicher mal ein bisschen mit holz aushelfen ich hab mir erst mal zeuge ich weiß nicht ob es gebrochen kann ich waren das mittels auf wer fang ich sag genau man sollte nicht zu klein hacken man kann zu klein haben naja ich sitze das war schon grün und ich hab's halt noch mal naja dumm das ist dumm gert ja ist sau dumm sa dumm ähm wo ist jetzt mein claim auf der karte der ist ja direkt vor dir drei meter weiter ach da ich seh ihn alles klar aber grün auf grün hier ist der kackschuss so schaut das holz mal hier her so ich mach es mal so ein lagerfeuer inge ich geh mal wieder hier hoch ich muss auf jeden fall ein bisschen erde abtragen irgendwie eine treppe hier aufwärts bauen das ist sonst nichts das dauert zu lange immer hier um die ecke latschen das ist nichts für mich jetzt mal in den kackhafen vorbei holz kriegst ja viel fortgehe aber steine immer nur zwei das ist eigentlich zwei kriegst du eigentlich mehr weg drei jetzt geht drei vorhin ging ja zwei ich sage muss schon als team nicht geil dass die sachen so hin stapeln kannst du ja das finde ich auch richtig geil dass das ordentlich aussieht so ja wir werden das natürlich alles gemeinsam entdecken wir haben sowas von kein plan was hier gerade phase ist was mir alles machen kann aber ich habe verdammt geiles zeug gesehen ja gelesen auch hier und der ein bisschen gesehen auch kohlenhydrate ja ganz dringend wo sind kohlenhydrate dran weizen oder was kartoffeln oder so keine ahnung was man war auf euremacher 1 2 3 5 das hat ja vorher scheiße gebaut hier 10 steine so was wir haben jetzt irgendwo eine werkbank oder bei mir kannst du meine einfach nicht spitzhacke lass mal rein mal stell hier in so ach ne das ist erde nein nicht runterfallen so haben wir auf jeden fall stein kann man genauso hier hinlegen wie das holz warum hast du noch mal so weit weg von mir gebaut hast du alles naja ein bisschen abstand muss sein wenn ich abends frio und kuscheln will oh mein gott okay frage hast du jetzt schon die äh um sie denken sie was die werkbank die ja die habe ich bei mir warum habe ich die nicht ja weil du erst die quest anwahl an ach Mensch alles klar ja ja alles klar dumm ding 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 kann ich die hinstellen wo ich's will nee ja rotate wir rotaten so ist schön auch ein schöner platz zu arbeiten ich bin jetzt fertig so now open find ähm hulog ja das sind die hier wir brauchen mal fünf stück kann ich dir jetzt nicht rein gehen oder missing zweimal hülz zweimal hülz holen wir mal legen wir hier rein so na schön ne so geht's voran baust du schon deine bude oder was ähm ne ich hab jetzt ein leiterfeuer erstmal gebaut weil ich mir denke wegen essen ist es praktisch so neunmal brauchen wir noch müssen wir rein legen hier neunmal achso jetzt muss ich hier ach jetzt kann ich das wo ist denn der hammer das ist ja der hammer der hammer den hammer den hab ich noch gar nicht hammer den hammer hab ich noch nicht da ich muss erst ein paar mehr machen aber was tue ich denn da jetzt weg legen die noch mal raus ne kann ich gar nicht raus legen ok die schaufel tun wir mal da hin ja keine ahnung was soll ich denn da jetzt essen müssen wir langsam mal wieder raus mit höher mit exen rein ja ich so pass auf wir müssen unbedingt das holz hier rein hauen ach ich seh wieder was was meine facke gemacht missing ehmaholz wird vermisst ehmaholz so sehr schön wo krieg ich jetzt kognitrate her weißt du was ich weiß es nicht Nudeln kochen das das wäre eine maßnahme ich gucke mal ich esse mal bissl tomate oh ja ich bin schon wieder voll ich bin schon wieder ich hab keinen hunger mehr ich bin schon wieder satt und ich hab irgendwo noch maiskolben hab ich noch elf stück so mit der anzeige nicht ganz krass gib ganz ehrlich zu ja ich auch noch nicht ich hab jetzt zwar gegessen ich also der kreis wird größer wenn du was gegessen hast ja ja aber naja es muss ausgewogen sein ne ja das ist grad irgendwie nicht so richtig also es ist egal ob du du beete isst oder tomaten haben selben effekt so jetzt hab ich einen hammer ich hab einen hammer ja den lege ich mir mal dahin jetzt kann ich mit dem hammer so zeug bauen wir müssen das hier nochmal aufheben und dann können wir hier durchschalten so hier guck mal da kann ich jetzt ne wand machen einwandfrei jetzt wisch ich noch nicht mehr wie weit mein Terrain abgesteckt war mein Terrain ich mach erstmal hier hier ist so ne kleine Hütte hingesetzt also ist denn eigentlich dieses Huenlock Holzstabel oder? ne ne das sind Wände damit kannst du ja zum Beispiel Holz schon bauen das ist jetzt eine Wand oder was? ähm naja du musst das schon so setzen dass es passt ist das jetzt ne Bodenplatte oder wie kann ich mir das vorstellen? ähm beides das Bodenplatte und Wand du kannst wenn du auf shift bleibst und das Mausrad drehst unten links neben den carrying siehst du ähm dieses shift wenn du auf shift drückst da kannst du ähm was? wie soll ich denn dir das erklären? du hast doch jetzt unten dieses carrying in den großen Fenster ja genau das ist das was ich trage na und dann steht dort links daneben shift nein dann hast du noch nicht genug Wände du musst auf den Hammer ne hast du den Hammer du musst auf den Hammer gehen du brauchst du brauchst mehr Wände davon du stell mal so fünf Wände her oder so ok erst mal hier build a lock house so ich mach nämlich auch noch mal ok oder fünf pass auf noch mal auch noch mal fünf hab ich jetzt noch so ein scheiß Ding in der Hand oder nicht? das auch ich brauch so ich hab brauch so ein Ding in der Hand ich hab noch so ein Ding in der Hand ich hab noch so ein Ding in der Hand so kommst du klar? also da muss man sich erstmal dran gewöhnen dass man Sachen im Inventar tragen kann aber tragen kann man nur ein was so das ist das Inventar das ist der Rucksack ne? den ähm campfire pass auf was fehlt denn uns da noch? wir müssen uns da noch rein timen der was macht ich würd sagen ich bin Bürgermeister und du machst den Reds hahaha ja der war gut ja ne müssen wir mal gucken lassen wir uns erstmal jeden sein Häuschen bauen hm das wird dann sowieso wieder gesprengt irgendwie von dem Idioten ja und dann fangen wir das Kakerlaken wieder mal an so pass auf die Dinger sind fertig so jetzt brauchen wir noch fünfmal Holz zehnmal Stein dann haben wir ein Feuer aber ich muss erstmal meine Wand setzen ja Feuer hast du noch nicht du hast nur so ein Stein kreis ich weiß nicht wie man das Feuer anmacht ähm du musst Holz reinballern hab ich und warte mal wie war denn das? jetzt muss ich selber erstmal überlegen weg gehst du es wieder raus ich denke du ich denke du musst erstmal was reinlegen zum dampfen naja Holz achso zum Essen und für Essen ähm ich hab jetzt Beete rein getan klingt wahrscheinlich nichts scheiße sechsmal Stein noch wir brauchen sechsmal Stein wir müssen losziehen wir müssen Stein ich will es halt nicht unbedingt hier abbauen ne jetzt hab ich fünf jetzt hab ich auch einen Hammer Leute ich nehme ich mal einen Hammer und liegt auch noch Zeug und jetzt kann ich Shift drücken guck ah jetzt alles wahr ich verstehe hier ich kann das Böcke bauen und ich kann Bände bauen so jetzt fehlt nichts mehr Feuer ist gleich fertig aber drehen kannst du jetzt nicht mehr das tut sich automatisch äh ne ich will es jetzt anders gedreht haben aber es ist immer nur in einer Richtung das normale ist die Dressen mit Kuh und E andere Maus hast du auch ne ja der guckt immer nur in einer Richtung das dofe Ding so boah man wie war das mit dem Feuer pass auf da musst du auch das Holz rein egal ob ich einen Dicken baue oder einen dünn da baue ich einen Dicken so ach so du musst ähm du kannst kochen auch du musst es erst lernen du musst es gehen ach schön das weit war ich noch nicht so pass auf dann mache ich mal Essen hier Survival learned Level Open das können mit 10 Punkt aha ach 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 Campfire Chef Farmer Hunter Mason ähm ach du bist du bist schon Koch das sehe ich hier wurde schon entdeckt von ja aber kann ich das jetzt mit nutzen das ist die Frage bohnen äh du ich glaube ich kann das ich kann das mit nutzen ok 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 das wird mir jetzt als bunt angezeigt Campfire oder ist es jetzt ist es nicht mehr bunt bei dem war es noch bunt so Fireweed blablabla Level 2 Level 3 ich mach mal schön auf Fressen so Maximal Level erreicht das ist schon mal schön mhm stone x bla 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 Baking Skill Book Roots oh das ist ähm Backing Backing Strong Back Unlocks Big Storm Match ok ich würde gerne anbauen Farmer ich mach Farmer ne das wollte ich grad machen na dann machst du das dann mache ich Hunter oder willst du Hunter machen du bist doch schon ein Chef na du kannst ja mehreres auswählen ich hab ja noch 4 skill points na gut ich mach jetzt Farmer so und muss ich jetzt mach ich jetzt Digging oder Gathering hm Keine Ahnung Digging ist ja nur die Effizienz der Schaufeln Gathering das sieht aus nach Samen oh ich hab schon nen Bogen einfach mal zack mit Gathering gemacht man kann sogar angeln alter wie nice ist denn das ja du kannst so gut wie alles hier drin machen das ist ja doch Hammer so so Keine Ahnung ich hab jetzt erstmal alle skill points verbraten äh hab ich immer noch 10 skill points da wo ich was macht das hier Unlock Redlands Wanderer es steht aber auch nirgendwo da was man eigentlich damit machen kann ich mach mal Bohnen so mein Feuer brennt ha 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 ah ok Pfeile hab ich wohl unendlich nein 19 nein 19 nein bloß nicht ja ich seh den Feuer brennt schön ja gell ja schön ich geh mal auf die Jagd Gott sei Dank geht die Sonne wieder auf Gott sei Dank geht die Sonne wieder auf was aber schön ist ähm nachts keine Zombies oder Krüper kommen ja das ist nicer Dicer halt nur der Meteorit der uns saumäßig auf die Eier geht naja ach ich weiß nicht was hier sind verhutzelte Tomaten diese Pflanze ist tot ok das ist gar nicht so einfach hier was zu jagen na du musst leise sein beim Anschleichen wie kann ich es schleichen oh keine Ahnung Shift C ja C ist äh mein Fenster hier oben so ja das ist klar warmfeld ich glaub nicht dass eben so ein Pfeil für so ein H hier oder so ne ähm zwischen die Augen boah steckt da Pfeil drin ne ha ha wo ist der Eier jetzt hin fort ist er da unten ist er 19 Holz da will ich ihn Alter jetzt renn nicht weg Junge wie sieht das mit Fallschaden aus hier in dem Game äh probier's ach alter der Elch haut wirklich übelst weit ab ne also man kann sich hier schon halbwegs fangen ne Alter da ist es hier schon über die Berge wieder drüber der Elch haut ab ich glaub ich muss mit was kleineren anfangen ne vorne ist jetzt ein Hase rum gehobbelt naja ist vielleicht hier in der Wüsten Gegend nicht so geil ne Hase zu suchen so naja gut aber wieder aus die sich schlagen wird ähm auf der Jagd das werden wir dann wahrscheinlich noch in der nächsten Folge sehen den ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal bis dahin Macht's gut, tschüss. Macht's gut, ciao.